Hallo, mein Name ist Wetter Nachmeti, ich bin 17 Jahre alt, ich bin Außenverteidiger. Meine bisherigen Vereine waren der Grün-Weiß-Sommerrain, der SV Fellbach und der FC Stuttgart und der SPV gegen Cannstatt. Meine Ziele mit der Mannschaft sind erstmal der Klassenheit und mein persönliches Ziel ist natürlich Profi zu werden.